Bald ist Anpfiff, bei der Fußball-EM im eigenen Land. Die Vorfreude ist groß auf gute Spiele und gute Stimmung und darauf, wie sich unser Land als guter Gastgeber präsentieren wird. Anfang der Woche war ich beim vorletzten Vorbereitungsspiel, bevor es nächste Woche losgeht. Volles Stadion, Fangesänge, eigentlich alles ganz normal, aber etwas war anders. Man fühlte die Ergriffenheit im Stadion, als die Gäste aufliefen. Die Gelb-Blauen, die Nationalmannschaft der Ukraine. Nichts war normal an diesem Spiel, weil für die Ukraine nichts normal ist. Kein ukrainischer Spieler, der nicht um seine Liebsten in der Heimat bangt. Keine ukrainische Familie, die nicht von Tod, Trauer und Zerstörung betroffen ist. Keine Ukrainerin und kein Ukrainer, die sich nicht nach Frieden sehen und nach der Normalität eines schönen Junitages. Wie tief die Anteilnahme in Deutschland ist, wie groß der Wunsch nach Frieden für unsere ukrainischen Freunde, das habe ich im Stadion in Nürnberg wieder gespürt. Über 800 Tage nach Beginn des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine ist eines klar. Russland wird nicht durchkommen mit seinen imperialistischen Plänen. Die Ukraine lässt sich nicht in die Knie zwingen, lässt sich keine Kapitulation diktieren. Putin muss erkennen, dass er seinen brutalen Feldzug nicht gewinnen kann. Dass es nur einen gerechten Frieden geben kann für die Ukraine. Für diesen gerechten Frieden arbeiten wir unermüdlich. Um das ganz klar zu sagen, für Frieden zu arbeiten, heißt nicht einfach, die weiße Fahne zu hissen. Frieden braucht Diplomatie überall in der Welt. Und Frieden braucht in der Zeitenwende eine starke Bundeswehr, die dafür sorgt, dass niemand es wagt, uns anzugreifen. Friedenspolitik heißt, dass wir die Ukraine unterstützen, ihre Unabhängigkeit und Souveränität zu verteidigen. Und dass wir dabei besonnen bleiben. Dass wir Gefahren immer abwägen. Dass wir uns wieder und wieder und wieder mit unseren Partnern und Verbündeten abstimmen. Anfang nächster Woche richten wir hier in Berlin eine große internationale Wiederaufbaukonferenz für die Ukraine aus, um gute Bedingungen zu schaffen, damit sich die Wirtschaft noch stärker in der Ukraine engagieren kann. Kurz darauf treffe ich meine Kolleginnen und Kollegen aus den USA, Großbritannien, Japan, Frankreich, Kanada und Italien beim G7-Gipfel. Auch dort werden wir darüber reden, wie wir die Ukraine langfristig unterstützen, um einen gerechten Frieden möglich zu machen. Und dann folgt kommendes Wochenende eine internationale Friedenskonferenz für die Ukraine in der Schweiz. Ich werde dort vor allem bei den Vertretern aus Asien, Afrika und Südamerika dafür werben, dass wir Russland gemeinsam klarmachen. Wir stehen zum Völkerrecht und zur Charta der Vereinten Nationen. Und deshalb muss Russland seinen Eroberungskrieg beenden. Das ist der Weg zu einem gerechten Frieden. Frieden, den sich niemand sehnlicher wünscht als die Ukrainerinnen und Ukrainer. Frieden, den auch wir uns wünschen. Deshalb unterstützen wir die Ukraine. Und dabei setzen wir den Frieden hier bei uns in Deutschland nicht aufs Spiel. Das ist meine Haltung seit Beginn des russischen Angriffskriegs. Dabei bleibt es. Darauf können Sie sich verlassen. B Untertitelung des ZDF, 2020